Hallo Leute und willkommen zurück. Wir zocken heute Magic Mirror auf 4 Euro. Die Freispiele beginnen schon, ihr seht ja schon. Ich bin mal gespannt. Ihr seht ja schon, wir haben viel Geld auf dem Automaten drauf. Mal sehen, wie es laufen wird. Vergesst auf jeden Fall nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung und ich rede gar nicht mehr über lange weiter rum. Wir gucken mal, welches Symbol es wird. Los geht's. Wir sind erst bei Runde 3 von 10 und das sieht doch ganz vielversprechend aus, oder? Was meint ihr? 10 Action Games haben wir schon. So kann es weitergehen. Okay, na gut. Wir haben gut angefangen und dann ging es so mittelmäßig weiter, aber egal. Wir haben echt viel gewonnen. Weiter geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das wäre doch fast ein Vollbild geworden. Das wäre doch nicht schlecht. Wieder haben wir 10 Action Games. Weiter geht's. Ich muss sagen, es ist echt nervig, dass er immer so schnell durchstoppt. Das irgendwie zerstörte mal das ganze Spielgefühl, leider. Das irgendwie zerstörte mal das ganze Spielgefühl. Die Dame als Symbol zu haben, ist Fluch und Segen zugleich. Da kann echt viel bei rumkommen, aber sie kommt echt selten. Genau. Und dann geht's. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.